Musik Starten wir also mit dem Ableiten einer Funktion und wofür leiten wir eigentlich ab? Ja, und bei der Ableitung einer Funktion wird die Steigung der Funktion in einem Punkt ermittelt. Mittels der Steigung lassen sich viele wichtige Punkte einer Funktion bestimmen, wie beispielsweise das Maximum oder Minimum einer Funktion. Ja, wir werden es noch erleben oder Sie werden in den Wirtschaftswissenschaften eben es haben, dass sehr, sehr oft beispielsweise nach einem Maximum in einer Gewinnfunktion gefragt wird und so weiter und so fort. Und dafür brauchen wir immer die Ableitung. Uns soll jetzt hier an dieser Stelle und in diesem Video noch nicht interessieren, wie man letztlich das Maximum bestimmt oder das Minimum bestimmt, aber wir wollen eben lernen, wie leitet man denn eigentlich eine Funktion ab? Also wie bestimmt man die Steigung in einem Punkt? Ja, und mathematisch lässt sich dann eine Ableitung wie folgt durchführen zur Ableitung einer Funktion nach x. Ja, also wir gehen immer davon aus, dass x unsere unbekannte Variable ist. Ja, die Funktion wird mit f von x beschrieben, wobei x immer in Klammern ist. Die Funktion, die abgeleitete Funktion wird dann als f' von x bezeichnet. Ja, und zur Ableitung einer Funktion nach x muss der Exponent mit der davorstehenden Zahl multipliziert werden. Danach muss die Zahl 1 vom Exponenten abgezogen werden. Die grundsätzliche Ableitung einer Funktion soll jetzt mit folgender Funktion veranschaulicht werden, und zwar f von x, also unsere Funktion mit der Variablen x ist gleich 2x hoch 2. Und diese Funktion gilt es jetzt abzuleiten. Und wir werden das jetzt in zwei Schritten machen, wie es hier auch beschrieben steht. Und unser erster Schritt soll sein, dass wir den Exponenten mit der davorstehenden Zahl multiplizieren. Also das Erste, was Sie machen, wenn Sie solch eine Funktion sehen und Sie werden nach der Ableitung gefragt, machen Sie Schritt 1. Sie multiplizieren den Exponenten, also hier im Grunde 2, mit der davorstehenden Zahl. Rechnen also 2 mal 2, ja, und kommen so auf 4x hoch 2 in diesem Fall oder 4x², wie Sie es lieber möchten. Das ist Ihr erster Schritt. Das ist aber noch nicht Ihre Ableitung, denn den zweiten Schritt, den Sie noch vollziehen müssen, ist die Zahl 1 vom Exponenten abziehen. Sie haben jetzt also 4x² und müssen jetzt 4x²-1 rechnen, also Sie müssen noch die Zahl 1 vom Exponenten abziehen und kämen dann auf 4x hoch 1. Und 4x hoch 1, also ein Exponent, der hoch 1 ist, brauchen wir gar nicht schreiben, also können wir hier jetzt schreiben, dass die Ableitung 4x lautet. Ja, schauen wir uns das noch einmal an. Die Ableitung lautet also folglich, f' von x ist gleich 4x. Ja, nochmal, was haben wir gemacht? Schritt 1 mit dem Exponenten multipliziert, also 2 mal 2 ist 4 und 1 vom Exponenten abgezogen, also kommen wir auf 4x. Ganz wichtig an dieser Stelle, dass Sie diese zwei Schritte natürlich später in einem Schritt vollziehen. Ja, also Sie machen nicht diesen Zwischenschritt, den habe ich jetzt hier nur aufgeschrieben, wir werden ihn aber auch später in einem Schritt machen. Also erst Exponent mit der davorstehenden Zahl multiplizieren, danach Exponent um 1 verringern. Ja, kann man sich eigentlich ganz einfach merken. Wir wollen jetzt hier auch noch einige Beispiele dazu machen. Beispiel a, f von x ist gleich x hoch 4. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt steht ja nichts vor dem x. Man könnte aber auch schreiben, das ist 1 mal x hoch 4. Ja, damit Sie jetzt wissen, okay, wir müssten mit 1 multiplizieren. Was ich mir allerdings immer merke, wenn gar nichts vor der Zahl steht, können wir den Exponenten einfach davor schreiben. Also wir können jetzt 4x hoch 4 schreiben für unser Schritt 1. Dann ziehen wir nochmal die Zahl 1 hier vom Exponenten ab. Also kommen wir auf 4x hoch 3. Ja, schauen wir uns das einmal an. Also sehen wir hier, ja, jetzt hier mit der 1 gerechnet, 4 mal 1 x hoch 4 minus 1 ist 4x hoch 3. Beispiel b, ja, f von x ist gleich 6x hoch 5. Und ich möchte Sie bitten, jetzt einmal auf jeden Fall das Video auszuschalten, wenn Sie sich im Ableiten nicht ganz sicher sind. Und versuchen Sie selbst einmal das abzuleiten in einem Schritt. Ja, ich mache es hier natürlich für Sie. Ja, wir multiplizieren wieder den Exponenten mit der davorstehenden Zahl. Also 6 mal 5 macht 30x hoch, nicht mehr 5, sondern 1 abgezogen, hoch 4. Und Sie kommen auf 30x hoch 4. Ja, also immer Exponent mit der davorstehenden Zahl multiplizieren, Exponent um 1 verringern. Und schon sind Sie bei der Ableitung einer Funktion. Schauen wir uns mal c an. f von x ist gleich 3x. Und jetzt wird es ein bisschen schwieriger, ja, weil wir haben ja im Grunde 3x könnten wir ja auch schreiben wie 3x hoch 1. Das hatten wir ja auch hier oben, ja. 4x hoch 1 ist nichts anderes als 4x und 3x ist nichts anderes als 3x hoch 1. Was müssen wir jetzt allerdings machen? Es würde ja wie folgt aussehen, ich blende hier einmal die Lösung ein, dass wir die 1 mit der 3 multiplizieren. Also bleibt die Zahl immer nach wie vor stehen. Dann x hoch 1 minus 1 würde 3x hoch 0 ergeben. Und x hoch 0 ergibt sich mathematisch gesehen immer zu 1. Das können Sie auch gerne mal im Taschenrechner ausprobieren. Jegliche Zahl, die Sie für x einsetzen würden, wenn Sie die hoch 0 nehmen, kommt immer das Ergebnis 1 heraus. Also hier steht eigentlich nichts anderes als 3 mal 1. Und natürlich können wir dann als Ergebnis 3 aufschreiben, beziehungsweise bei der Ableitung fällt der x-Term dann, wenn er hoch 0 ist, entsprechend weg, weil sich jede Zahl zu 1 ergeben würde. Also brauchen wir natürlich nicht 3 mal 1 aufzuschreiben, sondern können einfach 3 schreiben. Und ich möchte jetzt nicht, dass Sie das so kompliziert machen, sondern Sie sollen sich merken, wenn Sie einfach nur die Variable hinter einer Zahl stehen haben, also 3x, dann fällt einfach nur x weg und fertig. Dann bleibt einfach nur die Zahl stehen. Ja, dann streichen Sie einfach x weg und die Zahl bleibt stehen, also 3. Sie müssen hier gar nicht nachdenken, mit was Sie multiplizieren sollen oder so. Einfach x wegfallen lassen, ja, und die 3 bleibt stehen. Okay, wie sieht das jetzt allerdings aus, wenn Ihre Funktion einfach nur aus einer Zahl besteht und gar nicht mehr von x abhängig ist? Und hier immer merken, sobald eine Zahl für sich steht, fällt diese Zahl weg, beziehungsweise wird diese Zahl in der Ableitung zu 0, weil Sie können nur Variablen ableiten. Und wenn keine Variable da mehr steht, dann ist diese Zahl einfach weg. Also wenn hier kein 3x steht, dann würde 3 rauskommen. Wenn nur eine 3 steht, kommt einfach 0 raus, beziehungsweise man lässt in diesem Fall einfach die Zahl oftmals wegfallen, weil warum sollten wir nochmal zusätzlich 0 notieren? Wichtig, die Ableitung einer einfachen Zahl ohne x führt zu 0, beziehungsweise dem Wegfall der Zahl. Sieht man ja in Beispiel D. Das bitte unbedingt merken, dass dann die Zahl einfach wegfällt. Wenn Sie jetzt noch nicht so sicher sind im Ableiten und Ihnen das ein bisschen zu schnell ginge, wir werden jetzt auf der nächsten Folie nochmal einige Ableitungen vornehmen, sodass Sie sich das in Ruhe anschauen können. Und zwar wollen wir jetzt darauf eingehen, Ableitungen bei Addition und Subtraktion eben in der Funktion. Und die Ableitungsregel bei Addition und Subtraktion besagt folgendes. Bei Funktionen mit Addition oder Subtraktion wird im Ablauf genau gleich verfahren. Jedoch muss jede einzelne Variable der Funktion, wonach abgeleitet wird, den Ableitungsschritten unterzogen werden. Was bedeutet das jetzt? Es soll wieder von folgender Funktion ausgegangen werden, damit Sie auch verstehen, Addition und Subtraktion, was soll das jetzt? Sie haben jetzt nicht nur ein x da stehen, wie eben gerade, sondern Sie haben x hoch 3 plus 2x hoch 2 minus 5x. Sie haben also eine verlängerte Funktion. So werden Sie auch sehr viel in der Mathematik damit zu tun haben. Also dass eine Funktion nicht nur aus 4x² besteht oder so, sondern aus eben einer längeren Funktion dann auch wirklich zusammengesetzt. Was Sie jetzt tun müssen, Sie unterziehen jeder einzelnen Variable unsere Ableitungsregel, die Sie kennen. Und es wird Ihnen in Fleisch und Blut übergehen, glauben Sie mir. Irgendwann machen Sie das ganz, ganz schnell. Wir wollen das jetzt nochmal wieder aufspalten. Und die Terme sind nach dem eben genannten Schema eben abzuleiten. Dabei bleibt Plus oder Minus vollkommen unverändert. Also Plus und Minus bleibt jetzt hier in diesem Fall unangetastet, weil die Exponenten positiv sind. Werden wir uns aber gleich noch schauen, wann das eben nicht der Fall ist. Fangen wir wieder mit Schritt 1 an. Exponenten mit der davorstehenden Zahl multiplizieren. Also hier haben wir nichts vom x stehen, das hatte ich ja gerade gesagt. Einfach die 3 davor schreiben. Also 3 mal x hoch 3. Nicht verwirren, wir sind jetzt im Schritt 1. Ja, also wir ziehen noch nicht die 1 vom Exponenten ab. Wie sieht es beim nächsten aus? Plus 2 mal 2, also der davorstehenden Zahl, macht 2 mal 2 x hoch 2. Minus 5, müssen wir hier was multiplizieren? Nein, natürlich nicht. Sie werden auch mir sofort sagen, ja, x fällt wahrscheinlich weg. Ja, denken Sie jetzt, ist richtig. Ja, hier allerdings nochmal notiert, Minus 1 mal 5 x hoch 1 sozusagen. Ja, aber den Schritt können Sie natürlich wegfallen lassen. Macht gleich 3 x hoch 3 plus 4 x hoch 2 minus 5 x hoch 1. Jetzt kommt der zweite Schritt, dass wieder 1 von den Exponenten abgezogen wird. Ja, also 3 x hoch 3 hatten wir ja vorher, minus 1. 1 macht 3 x Quadrat plus 4 x hoch 2 minus 1 macht natürlich einfach nur 4 x. Und minus 5 x hoch 1 minus 1 macht natürlich x hoch 0, beziehungsweise x fällt hier einfach weg. Ja, also Sie sehen jetzt, wahrscheinlich würden Sie sagen, Tim, warum machen Sie das jetzt so kompliziert? Ja, wir hätten das doch sofort in einem Schritt machen können. Das geht doch viel, viel leichter. Und das ist auch richtig. Also diese 2-Schritt-Methode ist eigentlich viel verwirrender in diesem Fall, als wenn wir das jetzt in einem Schritt gemacht hätten. Ich blende jetzt hier auch nochmal die Ableitung ein, ja, und wir wollen das in einem Schritt machen. Also f' von x lautet einfach nur 3 x hoch 2, ja, 1 wieder abgezogen, plus 2 mal 2, also 4 x hoch 1. 1 kann man weglassen, also 4 x minus, und Sie wissen ja schon, wenn einfach nur ein x steht, einfach wegfallen lassen, minus 5, und Sie kommen zu Ihrer Ableitung. Und so sollen Sie auch immer vorgehen, also bitte nicht in zwei Schritte trennen, ja, allerdings einfach in einem Schritt hingehen, immer den Exponenten erst mit der vorherigen Zahl multiplizieren, und dann minus 1 rechnen, und Sie sind schon bei Ihrer Ableitung. Machen wir dazu auch wieder ein paar Beispiele. f' von x ist gleich 3 x hoch 4 minus 2 x hoch 2 plus 9. Jetzt bitte da wieder das Video stoppen, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Rechnen Sie einmal mit einem Blatt Papier durch. Ich werde Ihnen natürlich jetzt die Lösung sagen. Mit dem Exponenten wieder vorne multiplizieren. 3 mal 4 macht 12, x hoch 3, ja, x-Exponent um 1 verringern. minus 2 mal 2, x, ja, hier wird hoch 1 stehen bleiben, brauchen wir nicht, also 4 x. Plus, jetzt steht hier eine 9 für sich, aha, wir erinnern uns, wenn keine Variable dahinter steht, fällt die Zahl einfach weg, also haben wir folgende Ableitung, 12 x hoch 3 minus 4 x, ja, so müssten Sie das letztlich auf dem Blatt Papier dann hoffentlich geschrieben haben. Schauen wir uns das nächste Beispiel an. x hoch 5 minus 3 x hoch 4 plus x hoch 3 minus 2 x. Wir müssen also 4 mal die Ableitung vornehmen, werden das aber in wenigen Sekunden wahrscheinlich schaffen, ja. 5 einfach vorgezogen, 5 x hoch 4 minus 4 mal 3 ist wieder 12, 12 x hoch 3 plus 3 x hoch 2. Minus, hier steht wieder einfach nur ein x, also x fällt weg, minus 2. Schauen wir uns die Ableitung an. 5 x hoch 4 minus 12 x hoch 3 plus 3 x hoch 2 minus 2. Ja, genau so haben wir es gerade gemacht. Und so gehen Sie bitte bei der Ableitung einfach simpel vor. Immer mit Exponenten erstmal multiplizieren die vorherige Zahl, Exponenten um 1 kürzen. Exponenten wieder beim nächsten, mit der vorherigen Zahl multiplizieren, dann Exponenten um 1 verringern. Ja, nicht kürzen, sondern verringern natürlich. Ganz simpel, ganz einfach und stupide vor allem. Ja, jetzt sehen wir hier, f von x ist gleich 3 x plus 3 minus 7. Achtung, ja, nicht so einfach, ich will Sie hier ein bisschen verwirren. 3x, ja, hier fällt einfach wieder nur das x weg, bleibt also die 3 stehen. Plus 3, was wird daraus, was meinen Sie? Natürlich eine 0 wieder. Minus 7 wird auch eine 0 draus, weil wir haben da gar kein x stehen. Es fällt also beides komplett weg. Und unsere Ableitung lautet einfach nur, f' von x ist gleich 3. Ja, weil einfach das x wegfällt und die anderen Variablen, die kein x dahinter stehen haben, fallen sowieso weg. Ja, also bleibt einfach nur die 3 stehen. Letztes Beispiel. f von x ist gleich 3x hoch 7 minus 3x hoch 3. Wieder unser klassisches Beispiel 3 mal 7 macht 21, x hoch 6 minus 3 mal 3 macht 9, x hoch 2. Ja, also wieder den Exponent jeweils um 1 verringert und zuvor eben multipliziert mit der davorstehenden Zahl. Und Sie kommen auf 21x hoch 6 minus 9x hoch 2. Und Sie kommen auf 21x hoch 7 minus 4.